Also Marvin, dann mal Butter bei die Fische. Marvin oder Duxchi? Duxchi. Fortuna Dortmund oder BVB? BVB. BVB oder Hannover 96? BVB. Schalke 04 oder der Hamburger SV? Schalke 04. Das fällt aber nicht leicht, oder? Nein. Linker oder rechter Fuß? Rechts. Schießen oder Köpfen? Schießen. Solo oder Abstauber? Abstauber. Hoch anspielen oder flach anspielen? Flach anspielen. Tor oder Vorlage? Tor. Jetzt kommt eine wichtige Frage bei Butter bei die Fische. Gegen Tor oder Notbremse? Dass ich das nicht so oft mache. Notbremse. Gegen Werder treffen oder für Werder treffen? Für Werder treffen. Volle Offensive oder Verwalten? Volle Offensive. 5 zu 4 oder 1 zu 0? 1 zu 0. Lange oder kurze Haare? Mittlerweile kurze Haare. Pizza oder Pasta? Pizza. Currywurst oder Schnitzel? Currywurst. Ausgehen oder Zuhause auf dem Sofa bleiben? Zuhause auf dem Sofa bleiben. Lapskaos oder Knipp? Kenne ich beides nicht. Knipp. Prima, Knipp. Zeigen wir dir dann mal. Rücken Nummer 17 oder Rücken Nummer 7? 7. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Unsichtbar sein oder in die Zukunft sehen können? In die Zukunft sehen können. In die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft reisen? In die Vergangenheit reisen. Talent oder Fleiß? Fleiß. Drip oder Flex? Flex. Jürgen Klopp oder David Wagner? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp oder Markus Anfang? Markus Anfang. Instagram oder TikTok? Instagram. Instagram oder Facebook? Instagram. Instagram Post oder Instagram Story? Instagram Story. Ein Leben ohne Musik oder ein Leben ohne Internet? Ein Leben ohne Internet. Ein Leben ohne Musik oder ein Leben ohne Fußball? Ein Leben ohne Musik. Hannover 96 TV oder Sky? Sky oder Sport 1? Sky. Sky oder Werder TV? Werder TV. Das war die absolut richtige Antwort. Und als nächstes lieber ein Zimmerduell oder ein Fragengeballer? Ein Fragengeballer. Weißt du, was das ist? Nein. Dann kannst du dich einfach so drauf freuen. Ist toll. Machen wir dann auch bald mit dir. So, liebe Werder-Fans. Jetzt seid ihr dran. Entweder abonnieren oder noch ein Video schauen. Grazie. те. Geben. Da.